So, da sind wir wieder. Und anscheinend ist es so, wenn man eine Frau heiratet, dann kann man sich von der scheiden lassen tatsächlich wieder. Allerdings kann man sie danach nicht nochmal ehelichen. Also man kann nicht munter zwischen den Frauen hin und her schalten. Man kann es nur einmal machen, einmal heiraten und danach ist das Vertrauen gewissermaßen hinüber. Ich frage mich allerdings, was mit den Kindern dann passiert. Man kann ja Kinder mit denen kriegen. Sind die dann auch, äh, auch weg? Nimmt sie die Kinder mit? Was sind das eigentlich für komische Fragen in so einem Fantasy-Spiel, dass man sich um so Kinder dann, äh, um das, äh, sorgerecht Sorgen machen muss? Irgendwie merkwürdig. Aber gut. Das ist viel zu realistisch. Die sind flott. Irgendwelche können auch rennen oder beschleunigen können die sich, oder? Ich werde mal abwarten. Hier mal sehen, was diese Mücken hier machen. Und wir haben wieder ein dummes Wespen-Nest. Okay, wisst ihr was? Magische Streit-Axt gegen die da. Es gibt keine Kugel wie Overkill, aber gut. Ihr könnt auch weggebrutzelt werden. Die Bären können den Rest erledigen. Und ihr werdet die vereisen. Jetzt werden wir mal sehen, was das olle Nest macht. Äh, greift meine Schwertkämpfe an, die zum Glück nicht gestorben sind. Das ist zumindest etwas Erfreuliches. So, oh, meine Priester. Na gut, die haben viele Lebensenergie. 50 sind halt Inquisitoren. Das ist mal wieder Kleinvieh. Und ich sollte wirklich... Oh, Drachenfliegen-Nest. Wir kriegen Drachenfliegen-Eier hier. Oh, wieder sehr schwache Gegner. Oh, okay. So geht's auch. Oder auch nicht. Die greifen mich im Rücken an. Ich hab doch auf die draufgeklickt. Was kann ich dafür, wenn die KI so eine blöde Wegfindung hat. Magische Streit-Axt. Zack. Und zack. Und erledigt. Das war's schon mit dir. Bären. Ja. Und ich sollte definitiv die Aufgaben für den König machen. Weil ich dann endlich mal die Wutgeister kriegen könnte. Greifen mal meine Kraft verloren. Und sie sind bewegungss schwächer. Also werde ich mal Vertreiben einsetzen. Die Sichel kann ich sowieso nicht einsetzen. Dann können die sich nämlich wieder normal bewegen. Und den Priester erledigen. Du musst noch die Bogen schützen. Sie machen meine Beeren sauer. Und das war's. Gut. Sammeln wir diese Ollen Eier hier ein. Sie haben ein taschenförmiges Nest vorm Baum gepflückt und seinen Inhalt herausgenommen. Jo. Jetzt rennt er wieder hier rum. Hä? Da ist ein Zyklop. Ja, es gibt hier auch Zyklop. Aber sie sind schwach. Anscheinend ist das nur ein Zyklop. Ich sehe ja momentan, weil meine Fertigkeit noch nicht hoch genug ist, nicht, wie viele das sind. Dann müsste ich Auskundschaften erhöhen. Das Problem ist bloß, das kostet mich Geistruhen. Und Geistruhen sind gerade Mangelware. Mir wird ja trotzdem angezeigt, ob das ein schwacher Gegner ist oder ein starker Gegner. Also das ist ja das, wonach ich mich dann in der Regel richte. Und hier ist nichts drin. Toll. Ist hier was drin. 560 Gold. Und hier ist eine Fahne oder ein Banner. Turm des Astrologen. Karl Leona. Hallo Reisender. Ich weiß, dass hier im Dienst deiner Majestät König Mark steht. Er hat euch geschickt. Nicht wahr? Äh, hallo eure Hoheit. Wieso ist das jetzt auch ein König? Ah ne, okay. Da ist er ja. Okay. Das ist Karl. Ich dachte schon, der lebt in einem Schloss oder sowas. Aber nein. Da ist er. Okay. Habe ich ihn durch Zufall eigentlich gefunden, weil ich dachte, wenn, dann würde ich erkennen, wo Karl Leona, der Bruder, das Königshaus. Ja, stimmt. Er war ja Wissenschaftler. Das erklärt das. Riesenteleskop da oben. Euer Bruder schickt mich. Nennt mich nicht Hoheit. Ich bin nur Karl Leona, ein gewöhnlicher Wissenschaftler, auch wenn in meinen Adern königliches Blut fließt. Ich habe meine Privilegien vor langer Zeit schon aufgegeben und schickt Marc mir das, worum ich gebeten habe. Ja, so ein Siegel. Das königliche Ersatzsiegel. Außerdem möchte er wissen, wofür ihr es braucht. Großartig. Es ist absolut perfekt. Wisst ihr, ich habe meinen Bruder aus Verzweiflung geschrieben. Ich war so lange einsam, weil ich keine würdige Frau gefunden habe, die ich lieben konnte. Aber kürzlich habe ich ein wissenschaftliches Manuskript gefunden, das von der Existenz eines ungewöhnlichen Mikrokosmos in unserer Welt handelt, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Ah, Atome und Moleküle. Die hochinteressanten Ideen wurden von Beschreibungen einiger Experimente mit Fröschen begleitet. Was haben alle mit Fröschen? Und ich war nicht nur von der tiefen Bedeutung des Manuskripts beeindruckt, sondern auch von der Schrift und dem Autor. Marta Digonda. Eine Frau hat es verfasst. Oh la la. Eine Frau, das muss eine sehr ungewöhnliche Frau sein. Ja, genau das dachte ich auch. Und mir wurde klar, dass eine so intelligente Frau eine würdige Ehefrau für mich wäre. Ich fand heraus, wo sie wohnt und ich habe ihr einen Liebesbrief geschickt. Und dann noch einen Haufen Briefe, in den ich um ihre Hand angehalten habe. Gleich einen Haufen Briefe von derselben Bedeutung. Hat sie begraben unter Briefen. Aber sie hat geantwortet, dass sie nur einen Mann von königlichem Brulut heiraten könnte. Ja, das bist du doch. Das wurde ihr vom Schicksal bestimmt. Und deshalb habe ich meinen Bruder gebeten, mir das königliche Siegel zu leihen. Damit werde ich meine Briefe versiegeln, als Zeichen meiner königlichen Herkunft. Ähm. Es freut mich, dass ihr die Möglichkeit habt, eine kluge und würdige Frau zu heiraten. Vielleicht kann ich euch helfen, mit dieser Marta. Euer Angebot kommt gerade recht. Ich glaube, ich kann Hilfe gebrauchen. Wobei denn? Ich habe Marta einen Brief geschrieben und um ihre Hand angehalten und ich habe ihn mit dem königlichen Siegel verschlossen. Ja, ja, ja. Jetzt kann sie mich nicht mehr abweisen. Hoffe ich zumindest. Und ich möchte euch bitten, ihr diesen Brief zu bringen. Sie wohnt im Sumpf, der im westlichen Tal Darians liegt. Wenn ihr ihn erreicht habt, werdet ihr sie schon finden. Hm. Aber wartet unbedingt auf ihre Antwort. Falls sich irgendwas ergibt. Falls sich irgendwas ergibt. Wir kriegen das Buch des Bösen. Drei Stück. Es gibt nicht nur ein Buch des Bösen. Es gibt anscheinend drei davon. Und 100 Erfahrungen. Gut, ich wollte sowieso zum Morissumpf. Habt ihr Marta schon gefunden? Nein, auch nicht. Ich dachte, du verkaufst mir was. Astrologen haben doch sicher astrologische Monster. Kosmische Monster. So ein Kufulu. Oder sowas. Ah, schwache feindliche Truppe. magische Kristalle. Schwache Schlangen. Mit Schlangeneiern. Und etwas schwächere Geistertruppen. Okay. Schlaube ich mich mit den Schlangen. Hey, Schätze. Ähm, ja. Ich glaube, hier wäre eine magische Streitachs sehr angebracht. Ich wollte euch kaufen. Ich wollte kaufen. Aber es wurde mir verweigert. hmmm. Na gut. Dann nehme ich mir den Schatz. 960 Gold. Ah, auf jeden Fall langsame ich mal, äh... Die da? Ja, okay. Warum nicht? Aber die sind schon so langsam. Die werden sowieso als Letzte zuschlagen. Ein Bogenschütze ist gestirbt. Nein. Greife ist vergiftet. Dann noch zwei Lebenspunkte. Ja, die wunderbaren Königsschlangen. Sind nicht in meinem Besitz. Hm, noch zwei Lebenspunkte. Ja, okay. Ich bin ja hier. Ich kann mal greifen. Kaufen. Und ich kann sie auch wiederbeleben. Tada. Au. Wow. Nicht vergiftet worden? Nein. Ich bin gelähmt. Geschwindigkeit und Initiative nehmen ab. Um eins. Meine Bären kommen nirgends ran. Was seid ihr denn für Bären, bitte? Bären kommen nirgends ran. Mein letzter Held. Ach, was soll's? Ich brauche mehr Mana. Aber ich kann den Zauberspruch, der mir Mana geben könnte. Quelle der Magie nicht wirken, weil mich das 5 Mana kostet. Toll. Ach, greift einfach an. Wie Lebenspunkte habt ihr noch? 61. Priester. Wo müssen die Priester retten? Ich nenne sie Priester, das sind natürlich Inquisitoren. Alle hauen jetzt auf meinen Polarbeeren ein. Das ist interessant. So. Schwungvoller Angriff. Die Schlangen sind weg. Au. Und kritischer Schaden. So, doch ein Greif gefallen. Schwertkämpfer und Bogenschützen. Mit magischen Fesseln. Den hab ich noch nicht. Kostet mich zwei Kristalle. Ähm. Die Spezialfähigkeiten des Gegners werden blockiert. Hm. Klingt erstmal nicht so gut, dass ich dafür jetzt Kristalle opfern wollte. Oh, ein Schatz. Wie konnte ich den denn übersehen? 2000 Gold. Bogenschützen, Feuerlibellen und Schwertkämpfer. Ein Haufen Feuerlibellen. Die mit ihrer alten Beschleunigung verdoppelt die Aktionspunkte. Ihhh. Das heißt, die könnten mich dann erreichen in ihrer Runde. Ich hab kein Mana mehr. Wow. Warum tue ich das? Das ist nicht gut. Ich hab noch nicht mal genug Mana für... Einfache Sachen. Für Heilung hätte ich wohl. Ja, okay. Gut. Die sind schon mal weg. Ja, die Verteidigung von denen ist miserabel. Schwertkämpfer, go! Hm, die werden zurückschlagen. Oh! Da hätte ich mal angegriffen. Das war besser als meine Bogenschützen. Jetzt hab ich drei tote Bogenschützen. Aber ich kann zwei wieder auferstehen lassen. Immerhin. So, Feuerlibellen sind weg. Das Duell der Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö So, jetzt bin ich wieder dran. Ich habe genug Lebenspunkte, ja. Die werde ich wegschießen. Ja, die haben genug Lebenspunkte. Zack. Ein Bogenschütze ist mir abhandengekommen. Und gleich starke feindliche Truppe ist das jetzt schon. Okay. Geister, Geister, Geister. Ich habe keine Priester dabei, oder? Jetzt könnte ich sie brauchen. Aber erst mal was anderes. Und jetzt mache ich etwas komplett anders. Die brauche ich und die brauche ich. Ja, gehen wir mal in den Sumpf. Ich will diese Mark, ich will diese Wutgeister mal haben. Weil die können nämlich auch Erfahrungspunkte sammeln. Und je eher ich damit anfange, desto besser. Es gibt vier Wutgeister. Einer spezialisiert sich auf so Giftattacken. Einer ist so... Feuer, glaube ich. Todesmagie gibt es noch. Und... Ich habe auch keine Rüstung. Und der andere ist noch nicht was anderes. Intellekt durch diese magischen Stiefel. Oh, 15.000. Ich meine, das Geld hätte ich. Da fehlt das Mana. Das Spiel fängt wieder an zu ruckeln. Diese sind etwas stärker. Okay, die sind zumindest nur noch etwas stärker. Daran kann man erkennen, dass man stärker wird. Die anderen schwächer da scheinen. Etwas schwächer. Priester, Ritter, Sumpfhaus. Kann ich da was machen? Ne, das ist ja bloß der Froschmann. Er verkauft wieder nichts. Oder immer noch nichts. Hm. Und da geht es zum Friedhof. Und da ist wieder der unbezwingbare... Ne, etwas stärkere schmutzige Fink. Nur etwas stärker nur noch. Okay. Dann, äh... Jetzt gehe ich mal in den Sumpf zu den ganzen Schlangen hier und... ...kloppe mich mit denen. Etwas schwächer. Ah, ich habe zum Glück etwas mehr Mana jetzt. Ein Haufen Spinnen. So, und der Schatz wird mich nicht locken. Ich werde abwarten. Ich gehe etwas vor. Hm, ja, die Bären... ...können nirgends hin, weil... ... ihre Wege blockiert werden. Ich vereise sie. Aber sie haben ja trotzdem noch ihren ollen... ...Angriff, mit dem sie über ein Feld hinweg angreifen können. So, jetzt sind die nochmal dran. Verteidigt euch. Nein! Oh, meine Priester. Okay. Magische Streit-Axt. Wartet ab. Zieht euch ein bisschen zurück. Schießt die Spinnen. So, aber jetzt kommen die Spinnen nämlich hierher. Ja, kritischen Schaden. Wow, cool. Bären haben es wieder gemacht. Ein Inquisitor ist tot. Null! Warum habe ich solche Angst vor den Spinnen? Die sind schwach. Verteidigung auf zwei gestiegen. Warum? Ach, weil ich im Sumpf bin wahrscheinlich, wa? Oder? Ja. Komisch. So, ich teile sie auf. Aus einem bestimmten Grund. Ich will dann doch den Schatz haben. 500 Gold. Greift an. Ihr werdet ja wohl ein paar Hiebe aushalten. Berserker. Das gilt aber nicht für alle, ja? Oh. Inquisitoren. Heilt euch selber. Wow, 602 Schaden. Ah, die Polarbären sind immer noch fit. Das schätzt nie die Polarbären. Die Schlangen sind tot. Na, war es das bald? Ja. Oh. Die werden noch verwundet. Ich habe keinen verloren. Das ist die Hauptsache. Aber ich habe mein Mana gut aufgebraucht. Schloss Mudin. Okay. Da gibt es noch eine Truhe. 1850 Gold. Schlangeneier. Etwas schwächer. Ich will mal sehen, was bei Mudin ist. Bagaba der Froschling. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Raus hier sofort. Quetsch muss wohl wieder jemanden geschickt haben. Raus. Puh, was für eine gehässige Kreatur. Weg hier. Geht wo immer ihr auch hingeht. In Ordnung, ich gehe ja. Keine Sorge, okay. Ich spreche nicht mit den Spionen meines Bruders. Blub. Mir täuscht euch. Ich bin kein Spion. Okay. Anscheinend hat er irgendeinen Bruder. Schwach. Schwache Gegner sind mein Milieu. Schatztruhe, da werde ich aber wohl nicht hinkommen. Gerade genug für eine Doppel-Axt. Schatztruhe, da werde ich nicht hinkommen. Ich habe hier die Fernkampfhoheit. Auch wenn sie gering ist. Erreichen die mich? Ja, die würden mich erreichen, oder? Die gehen bis hierhin und dann machen sie ihren Schnappangriff. Also war das jetzt gerade dumm, dass ich hier so gehandelt habe. Äh, der Bär verteidige dich einfach, okay? Das wird schon irgendwie passen. Wir kriegen schon irgendwie hin. Die Bären werden nicht bis dahin rennen können. So, lasse ich sie noch ein bisschen näher kommen. Ich kann sie natürlich verlangsamen. Verteidigt euch. Lasst sie kommen. Oh, kein Schnappangriff. Oh ne, sie haben sich drei Felder bewegt. Das ist das Maximum, was sie machen können dann in dem Moment. So, kein Mana mehr. Also, greifen, greift an. Oh, ouch. So, Schwertkämpfer. Tut euer Ding. Au. Und greifen, haben nur noch einen Lebenspunkt. Ach, der Schatz. Der Schatz. Präzision. So, und dann werde ich diese hier wieder heilen. Oh, das hat aber nicht so viel gebracht, weil 70 Schaden schon wieder. Und einer ist sowieso gestorben. Ups. Also, Auferstehung hat gar nichts gebracht. Ich dachte, das heilt die auch. Falsch gedacht. Ja, wenigstens wehren sich greifen, immer schön. Wir haben das für eine Metze hier. Wo, ein Greif und zwei Schwertkämpfer. Vielen im Kampf. Bisschen Schatz. Etwas schwächer. Giftspinn, Jägerdorn zum Königsschlangen. Meine Truppe ist eigentlich noch ziemlich vollständig. Nur mein Mana nicht. Ich brauche Mana. Das ist das, was mich gerade Zeit kostet. Ich regeneriere ja Mana mit der Zeit, aber... Doch nicht so schnell. 500 für einen Mana-Trank. Wisst ihr was? Ich nehme mal einen. Dann ist mein Mana wieder da. Für 500... Ist eine Zeit ersparen. Das ist nicht, dass ich auf Zeit spielen würde, aber... Sonst, wie lange da waren. Okay. Machen wir diesen Kampf? Nein, ein Wespennester. Ah, 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 ah. Ja, ihr kommt weg. Das ist schon mal gegeben. Und dann. Warte ich ab. Kommt ruhig ein bisschen näher. So, die sind weg. Alles klar. Bären, bleib mal da hinten. Die Schlangen müssen zu uns kommen. Vernichtet die Wespennest. Danke. Dann können sie... Oh, nein. Sie haben meine Priester erwischt. Meine Inquisitoren. Bevor ich wieder Auferstehung mache, kämpfe ich lieber ein bisschen. Die Spinnen sind weg. Oh, ich glaube, kritische Schaden. Äh, werdet ihr das schaffen? Vielleicht ein bisschen zumindest. Au. Okay, drei Bogenschützen sind tot. Äh, vollkommene Fehleinschätzung. Das sind keine Nahkämpfe. Nein. Jetzt mache ich mal wieder Auferstehung. Äh, bei wem geht das überhaupt hier? Bei denen? Dann mache ich das. Gerade Auferstehen habe ich sie lassen und dann sind sie gleich wieder tot. Und noch einer. Das Gift nervt schon ordentlich. So. Äh, okay. Gift wirkt nicht noch einmal nach. Ach, drei Inquisitoren, einen Greif und vier Bogenschützen. Verluste. Ich habe Verluste. Okay. Ein Obelisk. Blöde Sümpfe. Ja, das sagt man. Was wäre ich darin versunken? Ich bin der schönen jungen Hexe dankbar, die mich erkannte und alle Frösche vor Ort zusammenrief, um mich zu retten. Sie erwies sich als nette und gastfreundliche Hexe. Und ich dachte immer, alle Hexen wären hässliche, boshafte alte Weiber. Hier ist ein Schatz. Damit ist wohl Chakka gemeint. Auch noch mehr Schlangen. Etwas schwächer. Äh, ich renne mal hier lang. Finde ich hier noch irgendwas cooles? Ein Baumhaus und eine Fontäne der Magie. Ich habe mein Mana wieder. So geht's auch. Aber jetzt muss ich wieder einen ganzen Tag warten, bis sich das regeneriert hat. Ein Schloss, das mit Schleim überzogen ist. Verfolgen mich diese Spinnen? Nein, zum Glück nicht. Ähm, du, 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 du. Ich gehe mal rein. Quetsch der Froschling. Achso. Ein Schild. Ein mit Metallstreifen versteckter Schild. Der ist genauso wie der Faustschild. Ist noch ein bisschen billiger. Ich kann Königsschlangen kaufen. Halleluja. 800 Stück. Wow, cool. Ah, jetzt geht's los. Da haben wir noch Kriegerdorns natürlich und, äh, Sumpfschlangen. Aber reden wir doch. Ah, endlich. Endlich, ich habe sie. Quack, habe ich Besuch? Seid gegrüßt, Reisender. Wieso seid ihr so weit gekommen, ohne im Morast euer Leben zu lassen? Ich bin weggelaufen teilweise. Auch euch einen guten Tag, unbekannter, ähm, Mensch. Ich, Mensch? Quack, 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 Quack. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Froschmensch. Und mein Name ist Squalch. Oder Quetsch. Ich bin der Besitzer des Schlosses Braunachrölzen. Krölzen? Krölzen. Und wer seid ihr? Ich bin GBF Schatzsucher seiner Majestät, König Markus dem Weisen. Hört mal, ich bin schon mal jemandem begegnet, der aussieht wie ihr. Seid ihr vielleicht Brüder? Jemandem, der aussieht wie ich? Ihr seid wahrscheinlich Bagaba begegnet. Äh, und ja, wir sind Geschwister. Eigentlich habe ich sogar zwei Brüder. Bagaba und Bogis. Wir wurden von einem Froschmädchen zur Welt gebracht, das in eine Prinzessin verwandelt wurde. Ich bin der Älteste, dann kommt Bagaba und Bogis ist der Jüngste. Sehr interessant, sehr interessant. Dann bringen also Froschprinzessinnen solche Froschmenschen zur Welt? Genau, wir Kinder von Fröschen sind etwas Besonderes. Wir sind ungewöhnlich entwickelt. Nach menschlichen Begriffen gelten wir noch als Kinder. Nehmt mich, den Ältesten. Ich bin zehn Jahre alt, Bagaba ist acht und Bogis ist erst fünf Jahre alt. Okay, ihr reift sehr schnell heran. Und du hast ziemlich viel gegessen, glaube ich. Ziemlich viele Fliegen. Nun ja, hört mal, Mensch, könnt ihr mir helfen? Äh, das hängt davon ab, worum ihr bitten wollt. Seht, ich bin der Älteste, Frogus. Doch mein Bruder Bagaba will mir keine Lehnstreue schwören. Könnt ihr meine Fahne auf seinem Haus hissen und ihn dazu bringen, mir Lehnstreue zu schwören? Äh, richtig. Bringt den Sumpf in Ordnung, Squelch. Gebt mir die Fahne, ich werde es erledigen. Wunderbar, sobald ihr fertig seid, kommt ihr sofort wieder her. Ich mag diesen Kerl alleine deshalb, weil er Königsschlange hat. Natürlich, natürlich, zweifel nicht daran. 100 Erfahrungen, 3400 Münzen. Hervorragend. Hervorragend, nenne ich das. Die Flagge von Froschling Quetsch. Dem älteren Bruder. So, wen lasse ich denn jetzt hier? Das ist echt eine gute Frage. Also, greifen werde ich behalten. Greifen werde ich behalten. Schwertkämpfer. Ist die Zeit der Schwertkämpfer vorbei? Hm. Ist die Zeit der Inquisitoren vorbei? Äh, Polarbären sind echt tough. Dann fehlt mir Auferstehung, aber... Na gut. Und eine Waffe gegen Untote, aber... Ich beabsichtige derzeit nicht, gegen sonderlich viele Untote zu kämpfen. Bogenschützen vielleicht? Ich meine, so viel machen die jetzt auch nicht, oder? Dass ich sagen könnte, die Bogenschützen sind eine super starke Top-Einheit. Ich meine, sie sind... Ach, sie sind Fan-Kämpfer, oder? Vielleicht sollte ich mehr auf den Nahkampf gehen. Ich meine, mit den Greifen und Bären bin ich sowieso ein Nahkampfman, und... Die Frage ist bloß, wer nicht eher abschieben kann, die Inquisitoren? Aber die sind gut, eigentlich. Oder die Bogenschützen. Ist die Zeit der Bogenschützen vorbei? Ich lasse sie mal hier. Königsschlangen. 19 Stück. Yeah. Da sind sie. Tada! Ah. Ah. Es beginnt. So. Ich teile das noch ein bisschen auf. Vielleicht aber so ist es schon ganz... ...richtig. Alle, die in Nahkampf wollen, sollen auch in Nahkampf kommen. Sind die jetzt schwächer? Etwas schwächer immer noch. Okay. Ich habe Schlangen gefunden. Hier ist ein Baumhaus. Wer wohnt denn da? Marta die Gonda, die Hexe. Ach, da ist Marta die Gonda. Was hat euch in den Sumpf geführt, junger Mann? Ich suche ein Mädchen. Sie heißt Marta die Gonda. Das ist seltsam. Warum solltet ihr nach mir suchen? Ich bin Marta. Ach, du bist das. Also, ich komme direkt von Alania und habe eine Botschaft von Karl Leona höchstpersönlich. Er sendet euch einen Brief mit dem königlichen Siegel als Beweis seiner Echtheit. Er möchte um eure Hand anhalten. Wie wird eure Antwort lauten? Oh je. Ich lehnte seine Anträge schon viele Male ab. Unglaublich, welche eine hartnäckige Person er ist. Seht mich an. Was für eine Gattin wäre ich für des Bruders... ... äh, des Königs Bruder? Ich bin fast 100 Jahre alt. Der arme Karl hat nicht einmal das Datum auf dem Manuskript bemerkt. Diese Arbeiten von mir sind schon fast 50 Jahre alt. Ach, wahre Liebe kennt kein Grinsen und kein Alter, glaube ich. Zumindest anscheinend nicht für Karl. Ich muss jedoch zugeben, dass ich Karl mag. Er ist ein sehr gebildeter und interessanter Mann. Ach, ich wünschte, ich wäre jünger. Ich habe sogar meine Mutter um Hilfe gebeten, aber sie konnte ihren Verjüngungstrang nicht fertigstellen. Ach, Chaka, meinst du? Ah, okay. Wenn ihr schon 100 Jahre alt seid, wer ist dann eure Mutter? Man nennt sie die alte Chaka. Oder Chafke, ich weiß, aber ich nenne sie einfach nur auf Chaka. Sie lebt nicht weit von ihr. Ne, ich weiß. Sie ist die bekannteste Hexe in unserem Sumpf. Ich muss noch viel lernen, bis ich so gut bin wie sie. Hört her, junger Mann. Könnt ihr meiner Mutter helfen, den Trank zubereiten? Dann könnte ich mich ein paar Jahrzehnte jünger machen und Karl eine gute Frau sein. Einverstanden? Ist gut, ich werde es machen. Ich muss den Auftrag abschließen, den ich für Karl begonnen habe. Hat meine Mutter es geschafft, den Trank fertigzustellen? Nein, aber ich komme, um ein paar Vorräte zu kaufen. Und es gibt hier Schlangen. Ah, im Sumpf gibt es Schlangen, ja. Gut, wenn es sie irgendwo geben sollte, dann sicher hier. Aber diese Schlange hier versperrt mir den Weg. Und hier ist ein Frosch. Ein Quest-Frosch. Kein gewöhnlicher Frosch, sondern ein Quest-Frosch. So. Jetzt geht's ab. Erstmal diese Schlangen ein bisschen schwächen. Zack. Zack. Und dann kommen meine Schlangen. Da sind sie. Keine Vergeltung. Giftig. Und Immungeing Gift. Und sie können anspringen. Werde ich demonstrieren. Sie werden sich jetzt... Hier ist ein leeres Feld dazwischen. Ich kann sie nicht angreifen in dieser Runde. Allerdings mit anspringen geht das. So. Und anspringen. Und ich springe sie jetzt ab. Zack. Weg sind sie. Hehehe. Yeah. Mal greifen. Wir machen halt das hier. Besorgen mir magische Fesseln. Dann habe ich noch meine Inquisitoren. Meine einzige Fernkampfeinheit bis jetzt. Das heißt, ich muss irgendwie... ...in den Nahkampf. Diese Schlangen können nicht anspringen. Aber ich könnte beschleunigen machen. Beschleunigen und gleichzeitig vereist sein. Das kommt glaube ich auch selber hinaus. Und ich... Es dauert zwei Runden, bis die... ...Königskobra wieder anspringen kann. Also jetzt nicht. Jetzt kann sie gar keinen eingreifen. Deshalb, wenn ich sage... Beschleunigt die Schlange. Yeah. Okay, was sonst. Greift an. Und sie können auch nicht zurückschlagen, weil das ist die Spezialfertigkeit der Königsschlange. Und das macht sie ziemlich, ziemlich stark. Aber diese können zurückschlagen. Ich hole mal ein paar Pogenschützen weg. Oh, ein Greif ist tot. Dieses Anspringen... Oh, die können doch anspringen. Upsala. Okay, das waren die Stufe 1 Schlangen, die das nicht konnten. Das sind schon Stufe 2 Schlangen, ne? Yep. Die Sumpfschlangen. Ah, tut mir leid. Ich habe euch verwechselt. Äh, Auferstehung. Hilft das irgendjemandem? Nein. Ist keiner gestorben? Na gut. Aber die Greifen sind angeschlagen. Ich mache mal... ...ein Phantom. Der Greifen. Oh, nur einer. Na gut. Aber er kann folgendes tun. Er kann einmal angreifen und wird dann sterben. Aber dann ist der Gegenschlag der Schlangen beiseite. Und auch das Phantom lädt noch. Und fungiert als gute Zielschale, muss ich sagen. Königsschlange macht den Rest. Oh, da ist ja noch einer. Alles von mir, aber das sollte ja kein Problem sein. Zwei Greife sind doch gefallen. Ein Schwertkämpfer. Nein. Hey, man kann nicht alles haben. Spinneneier kann man dafür haben. Und der Sumpf ist ein bisschen ruhiger geworden. Allem Anschein nach ist dieser ein normaler Frosch. Der Anschein drückt. Quack, quack, quack. Feonara, die Froschdame. Uh, okay. Quack, quack. Hey, Frosch. Was wäre, wenn ihr verzaubert wärt und sprechen könntet? Quack, quack. Äh, ich meine, ja. Ich bin kein gewöhnlicher Frosch. Äh, nun, wenn ihr alles versteht, dann springt in meine Tasche. Welch Schande. Ich werde mich beschweren, quack. Der Sumpf meiner Geduld läuft über. Der Sumpf meiner Geduld läuft über. Ach, Feernauer. Es scheint mir, du bist ein bisschen zu lange im Sumpf gewesen. Was ist passiert? Es gibt so viele von euch Froschjägern in dieser Gegend. Das ist kein Sumpf, sondern eine wahre Hauptverkehrsstraße. Wo kommt ihr alle her? Zuerst war hier ein Graf, nun seid ihr hier aufgetaucht. Beruhigt euch. Eigentlich komme ich vom Grafen. Er schickt mich, um den sprechenden Frosch zu holen. Er ist der einzige Froschliebhaber. Quack, das ist skandalös! Dieser Graf hat zu viele Märchen gelesen und alle Frösche in der näheren Umgebung geküsst. Alle? Uh. Und alle Frösche haben sich in schöne Frauen verwandelt. Ich weiß nicht, was für ein Talent er besitzt. Ich habe noch nie von einem solchen Wunder gehört. Ihr seid also aufgebracht darüber, dass er euch nicht ein einziges Mal geküsst hat? Soll ich euch helfen? Ich kann euch zum Grafen bringen. Hey, er wird mich küssen. Es wird nie geschehen. Seht ihn an, der eine verzauberte Frau haben will wie im Märchen. Doch ohne echte Liebe ist es unmöglich, einen Frosch für immer in ein Mädchen zu verwandeln. Das geht nur für ein paar Minuten. Manchen Leuten reicht das. Und glaubt ihr, dass er jemals versucht hat, sich zu verlieben? Ich weiß nicht. Er sieht nicht einmal hin, wohin er küsst. Auf das Auge oder auf den Rücken oder ja. Ich bitte euch, Mensch, gebt mich nicht ihm. Helft mir lieber. Helft mir lieber. Ihr habt so schöne Augen. Wo habe ich das? Uh, in gewisser Weise. Oh. Ich glaube, ich habe einen Silberblick. Erzählt mir keine Märchen. Den Frosch in die Tasche stecken. Wie kann ich euch helfen? Okay, jetzt haben wir ja eine moralische Entscheidung zu fällen. Wie kann ich euch helfen? Oder stecken wir den in die Tasche? Ich mach's mal. Ähm. Jetzt haben wir den Frosch. Info. Die Fröschin behauptet, sie sei die Prinzessin der Frösche aus dem Marsch-Sumpf. Ah, damit wird sie wohl nicht ganz Unrecht haben. Die Sache ist die. Ich weiß, dass Fea Nora, ähm, plus 100 Angriffskraft auf Schlangen gibt. Und auf noch irgendwelche anderen Viecher. Und das ist für mich als jemand, der gerne Königsschlangen einsetzt, natürlich ein super willkommener Bonus. Aber ich will trotzdem mal sehen, was passiert, wenn wir jetzt hier, äh, die Prinzessin jetzt an den King da übergeben. Das interessiert mich jetzt schon. Man kann sie tatsächlich auch in einen Menschen zurückverwandeln, aber dann gibt sie nicht mehr den Schlangenbonus, sondern gegen so einen anderen Bonus. Und anscheinend hat er es gemacht, denn jetzt ist sie Gräfin Fea Nora. Also, was für ein wunderschönes, wundervolles Geschenk ihr mir gemacht habt. Gut gemacht. Ich werde euch immer gerne in meinem Schloss begrüßen. Danke, Graf. Und er verkauft jetzt Priester und auch noch Barbaren, neben dem anderen, was er vorher hatte. Ich glaube, ihr solltet nicht mehr herkommen und mit mir sprechen. Das kann nichts Gutes bringen. Entschuldigt, das tut mir leid. Ihr seid zu streng. Ich dachte, ich besuche meinen alten Freund. Ja. Mein Herz sagt mir was anderes. Es sagt mir, ich versuche, der Frosch damit zu helfen. So. Hm. Wie kann ich euch helfen? Ich bin sicher, dass alle Mädchen, die vom Grafen verzaubert wurden, sich wieder in Frösche verwandelt haben. Sicher werde sie nicht an seiner Seite lassen. Er wird sie irgendwo vor den Augen der Menschen verstecken. Würdet ihr hingehen und diskret herausfinden, was da vor sich geht und meine Schwestern zum Sumpf zurückbringen? Ich meine, das ist ja wie die Geschichte vom letzten Einhorn so ein bisschen mit König Hagar, der die Einhörner einsperrt, damit er mal wieder glücklich sein kann für ein paar Sekunden. Interessant. Gürtig werde Argus nach eurer Schwester fragen. Und sie hüpft. Oh, ein fröhlicher Frosch. So. Ähm. Ich bin es, der Schnüffler des Königs. Ich kam wegen des Zwergs. Ne, ich kam... Ach, die Quest hatte ich auch noch. Äh. Zum Schlangen. Ähm. Ähm. Ich bin mit Absicht gekommen. Ich bin mit Absicht kommen. Meine Intelligenz nicht hoch sein. Deine Tochter Martha schickte mich zu dir. Martha, sagt ihr? Was will also meine Tochter? Die wohnt da drüben. Ne, warte mal. Äh. Warte mal. Ne, das ist ja das Schloss von Frosch, man. Sie wohnt da in der Hütte. Sie bat mich, den Verjüngungstrank von euch zu holen. Äh. Sie bat mich, den Verjüngungstrank zu holen. Hört zu, Großmütterchen, um was für einen Trank handelt es sich, falls ihr das Rezept nicht kennt. Schaut ihn an, was für ein pfiffiges Bürschlein. Ihr wolltet gar nicht den Trank von mir. Ihr braucht das Pulver, nicht den Trank. Was? Ich weiß nichts über Zauberpulver, aber ich kann den Trank brauen. Ich habe ein Familienrezept. Warum verratet ihr mir nicht, warum sie den Trank so plötzlich braucht? Tja, eure Tochter will wohl heiraten. Sie ist fast 100 und hat immer noch keine Kinder. Heiraten? Oh, das ist lustig. Ich sagte, dass alle Männer schlecht sind und sie sagt immer wieder, ich will, ich will. Okay, wenn sie heiraten will, soll sie heiraten. Ich sehe mal nach, was mir für den Verjüngungstrank fehlt. Also, Schlangenflügel, Klapper, Spinnbeine, Steinblut, Triton, Tränen. Okay, das habe ich auch. Ja, ich habe keine roten Wasserlilien. Die müssen im Sumpf gepflückt werden. Seid ihr so lieb und bringt mir fünf Wasserlilien? Ja. Hol ich sofort. Ich muss wissen, wo die sind. Ah, da sind welche. Die tauchen jetzt auf. Und da ich schon alle, oder fast alle Gegner hier besiegt habe, sollte das eine leichte Sache sein. Pflück mir die Lilien. Da ist Schloss Mudin. Da soll ich ja noch irgendwas tun. Sie haben eine Rotlilie gepflückt. Und die letzte ist höchstwahrscheinlich ganz so anders. Aber wenn ich schon mal hier bin, rede ich gleich mal zu Argus. Denn, ähm, wenn ich Fianora schon mitnehmen kann, wäre das natürlich cool. Für meine Königsschlanken. Dann haben wir unsere erste Frau. Ich will keinen Zombie heiraten. Ich heirate eine... Okay, das wäre dann allerdings auch die... Die einzige, die ich dann... Ja gut, dann müsste ich sie auch behalten, weil sonst, ähm... Wenn ich mich einmal scheiden lasse, war es das dann, ne? Naja. Die erste Liebe ist die einzig wahre Liebe. Wo ich gerade mal hier bin. Ähm... Inquisitoren könnte ich auch nachkaufen. Hey Argus. Hallo, wo ist mein Frosch? Gebt ihn mir. Wisst ihr, mit den Fröschen gibt es ein Problem. Was ist passiert? Gibt es keine Frösche mehr im Sumpf? Das ist sehr seltsam. Als ich das letzte Mal dort war, gab es sehr viele Frösche. Also ich habe eine Frosch gefunden. Es scheint ihre Prinzessin zu sein. Sie sagte, ihre Name sei Fianora und sie hat darum gebeten, dass ihre Schwestern zurückgebracht werden. Sie sagte, dass ihr ohnehin keinen Erfolg haben werdet. Ohne Liebe kann sich kein Frosch für immer in ein schönes Mädchen verwandeln. Also, wenn man Fianora zu ihm bringt, dann ist sie ja schon wieder ein Mensch. Also, aber das ist nicht von Dauer, oder wie? Hm, merkwürdig. Es sah danach aus, als wenn es von Dauer wäre. Oh, sie hat recht. Nicht eine von ihnen hat sich dauerhaft in eine Prinzessin verwandelt. Alle wurden nach einer Weile wieder zu Fröschen. Seht ihr, bringen wir sie zurück in den Sumpf. Ich habe sie alle ins Schlossverlies gebracht. Dort ist es feucht und kühl. Ein sehr angenehmer Ort für sie. Ich werde die Tür für euch öffnen. Ihr könnt sie mitnehmen. Aber was soll ich jetzt tun? Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, euch eine normale junge Frau zu suchen? Ganz nebenbei, so als nur eine Überlegung. Eine normale junge Frau? Mich wirklich verlieben? Ja, das ist eine großartige Idee. Ich sollte es versuchen. Hey! Okay, Argus. Hey Mann, ich hoffe, du findest die richtige. Aber Frösche zur Liebe zu zwingen, das ist nicht der richtige Weg. Ich bin ein Paladin. So. Ich habe mich entschieden. Ich brauche die Hilfe von Helga, der Hexe der Schlangenunterwelt. Hm. Hör zu, Freund. Es ist nicht weit von hier. Ihr müsst den Wald und die Straße verlassen. Der Eingang liegt unter einem Schädel. Sagt der Hexe, dass ich ihren besten Trank brauche. Wisst ihr was? Das könnte klappen. Ich werde diese Hexe finden. Warum willst du jetzt wieder einen Trank? Ach, egal. Warum seid ihr alle angewiesen auf irgendwelche magischen Elemente? Sucht euch einfach ein nettes Mädel und dann klappt das schon irgendwie. Du bist ein Graf, Mann. Du hast schon gewisse... Und du siehst auch nicht hässlich aus. Habt ihr den Liebestrank dabei? Nein. Er will wirklich einen Liebestrank. Ist das jetzt meine Quest, diesen Typen davon zu überzeugen, dass er sich seine Liebe gefälligst vernünftig besorgen soll und nicht durch irgendwelche magischen Märchenkräfte? Aber das wäre tatsächlich witzig. Okay. Ähm, ich soll die Frösche aus dem Verlies holen. Gut. Ist es auf der Rückseite? Oder ist es... hier... irgendwo anzuwählen? Ich habe mir versprochen, den Eingang zu dem Verlies zu öffnen, wo ihr die Frösche haltet. Keine Sorge, ich mache es auf. Aber zuerst müsst ihr mir ausgemacht den Liebestrank von Helga bringen. Okay, die Feanora Quest geht weiter. Was soll's? Muss ich... Ähm... Die Schlangenhöhle nur finden. Ich habe doch eine Höhle gefunden. Oder Schlangen und Spinnen. Unter einem Schädel. Okay, das ist der Schädel. Das ist Castle Greyskull hier. Aber die Schlangen hier waren ziemlich stark. Ein Teil von mir hofft, dass... Jupp, die sind stark. Und tschüss. Ein Teil von mir hofft ja, dass ich da auch wieder Schlangen kaufen kann. Ich möchte ganz, ganz viele von denen kaufen. Fast schon habe ich das Bedürfnis, eine ganze Armee aus Schlangen zu machen. Selbst aus den Schwächeren. Weil mit Feanora an meiner Seite sind die alle viel stärker dann. Oh, hier gibt's... Oh, feindliche Truppe stark. Okay, Fehler. Ähm... Die Stärke liegt vor allen Dingen... an den vielen Bären hier. Und das ist ein Zyklop. Stufe 5. Führung 1400. So teuer sind Stufe 5 Kreaturen. Hohe Verteidigung, hoher Angriff. Initiativ und Geschwindigkeit sind Mist. Aber 520 Gesundheit, 50 bis 60 Schaden. Die können schießen. Die können Steine schleudern. Sie können Gegner betäuben und zurückdrängen. Widerstandskraft gegen... ziemlich alles. Und im Nahkampf sind sie auch nicht schlecht. Kein Abzug für Fernangriffe. Ich mach 332 Schaden mit meinen Doppel-Äxten. Wie bin ich in diesen Kampf geraten? Ich hab immer noch keine Wuchgeister. Snakes on a Plane. Was macht das? Altar des Blitzes. Okay, das könnte mir helfen. Ich muss eine Verteidigungslinie aufbauen. Oh, sehr gut, danke. Schauen wir mal, wie es läuft. Jetzt hab ich schon ganz hinten eine Nahkampftruppe. Da kommt sie gar nicht zum Einsatz. Oh, diese Bären. 25 Bären. So, und... Autsch, zwei Schwertkämpfer. Äh... Ja, ich werde... den Zyklopen beseitigen. Bumm, und zerfällt. Schlangenbeiß zu. Oh, ich töte schon mit zwei Schlangen. Der Feind wird zurückschlagen. Und er ist sauer. Stinksauer. Heiliger Zorn. Äh... Die sind gesegnet. Und, ja gut, Schaden gegen Untote, das ist jetzt nicht relevant, aber... das als nichts. Oh Gott, ihr Deppen. Schlangen... Schlangen... Ich muss diese Superbären hier irgendwie fertig machen. Zum Glück sind Bären langsam. Ah, es könnte klappen. Ist nix. Autsch. Okay. Lauft, meine Freunde. Lauft. Oh, hu, 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 hu. Hier sind alle irgendwie getroffen worden. Hm, greift diese neun Bären an. Okay, die Wölfe sind fast hinüber. Schwertkämpfer allerdings auch. Streit-Axt hilft nicht mehr. Wiederauferstehung kann ich auch nicht machen. Äh? Wie wär's mit... Quelle der Magie? Für meine... Schwertkämpfer. Ja, ich könnte die da vergiften mit anspringen. Zack. Schon ein bisschen Mana zurückbekommen. Lauft. Und lasst wir ihn wieder auferstehen. Ähm... Ja, ein paar Schwertkämpfer. Wertkämpfer. Mal greifen. Au. Kritischer Schaden. So, die Bären. Das sind immer noch 17. Lauf, lauf, lauf. Oh Mist. Ich glaube, meine Schlangen sind im Bedrängnis. Oh, ho, nicht meine Schlangen. Sieben Schlangen. Wiederauferstehung. Ich kann's nicht wirken. Na, oder? Wieso kann ich das nicht? Oh, ich hab das noch nicht aufgerüstet. Mir fehlen Kristalle. Äh, hä, hä. Das schreit nach Rache. Oh, das war sogar gute Rache. Okay, wisst ihr was? Dann nehm dieses. Niemand tut meinen Schlangen weh. Schicht im Schacht. Verstehung geht grad nicht. Äh... Tötet sie, Inquisitoren! Bären! Bären versus Bären. Okay, du olle vergiftete... Bärenhaut. So. Sieben Königsschlangen, zwei Greifen, ein Polarbär, neun Schwertkämpfer. Fünfzig Bären war anders. Naja, Erfahrung ist Erfahrung. Und wir kriegen diesen... Diese Steinstatue des Drachen. Die uns unsere Wut um fünf erhöht. Hey. Es geht schlimm aus. Königliche Wache. Wer geht dort? Halt! Freunde, ich bin GBF, der königliche Schatzsucher. Tut mir leid, Sucher, aber gemäß eines Sonderbefehls seiner Majestät ist der Pass zu den Creston-Minen geschlossen. Und was ist passiert? Habt ihr nicht gehört? Zwerge! Plötzlich tauchte auf der anderen Seite nach Korda eine schwer bewaffnete Sturmtruppe auf und versuchte, die Minen zu besetzen. Viele von uns verloren ihr Leben, aber die Leute des Barons kamen gerade rechtzeitig. Diesen Zwergen haben wir kräftig eingeheizt. Sie warfen ihre Ex und Schilde fort und rannten vor uns davon. Natürlich wurden daraufhin die Minen geschlossen, alle Arbeiter abgezogen und in jeder wichtigen Sektion wurden Wachen aufgestellt. Wir erwarten einen weiteren Angriff der Zwerge. Und warum haben sie euch so plötzlich angegriffen? Er weiß das schon. Vielleicht haben sie zu viel Bier getrunken. Besoffene Zwerge greifen an. Vielleicht wollen sie aber auch die Pacht für die Minen nicht mehr zahlen und versuchen sich die Minen mit Gewalt zu nehmen. Aber da haben sie sich sehr getäuscht. Seine Majestät würde niemals irgendwelche Ländereien von Darien aufgeben, seien es die Inseln der Freiheit oder diese Minen. Verstehe. Also ich kann auch nicht in die Minen gehen. Dafür kriege ich hier eine magische Rune. Cool. Verzerrungs-Magie Stufe 2. Mehr Mana wäre, glaube ich, nicht schlecht. Kostet mich sieben Mana-Steine. Da können wir Mana während der Schlacht regenerieren. Und das brauche ich für Chaos-Magie. Also wäre das eigentlich mein nächster Schritt hier. Was für ein Rüpel. Okay, anscheinend können wir mit dem noch nichts machen. Etwas schwächere Zyklopen. Von Zyklopen habe ich gerade so ein bisschen die Nase voll. Ich hole mir mal mein Schiff wieder. Zack. Du, du, du. Ich glaube, Greifen kann man nicht aufrüsten. Das wäre mir neu, dass Greifen eine höhere Stufe hätten. Sonst würde ich auch mal gehen und auf diese Greifeninsel gehen. Ich meine, da gibt es eine Fahne. Es könnte sich lohnen, da hinzugehen. Da kann ich vielleicht sogar acht Polarbeeren mitnehmen. Ich finde das auch cool, dass das so eine offene Welt ist, wo man mal hier hingehen kann, mal da hingehen kann. Greif Kargen. Gleich starke Truppe ist da. Okay. Haben die was dagegen, wenn ich so ein Greifen einnehme? Jetzt sind sie feindlich. Okay, sie haben was dagegen, wenn ich Greifen einnehme. Solange bleiben sie neutral. Aber sie greifen mich auch nicht von sich aus an, aber... Das könnte sich beim nächsten Mal ändern. Sie bleiben neutral. Eine Geistruhne. Sehr gut. Harl, König der Greifen. Kannst du mir helfen, Harl? Seid gegrüßt. Äh, woher kennt ihr meinen Namen? Ich seid nicht überrascht, Mensch. Ich bin Harl, der König der Greifen. Und ich weiß alles, was in meinem Territorium geschieht. Und natürlich wollte ich sofort mehr über den Menschen herausfinden, der eine kleine Armee nach Alania geführt hat. Es ist eine große Ehre, euch zu treffen, eure Majestät. Und wenn ich euch irgendwie helfen kann, tue ich das mit größtem Vergnügen. Gut, Mensch. Eure Hilfe kommt uns gelegen. Wieso? Ihr könnt nützlich sein. Ich glaube, ihr habt die Inseln der Freiheit besucht. Keine Ahnung. Kann sein. Und ihr kennt ihren Gouverneur, Scott Thompson? Also selbst wenn ihr ihn nicht kennt, werdet ihr ihn sicher bald treffen. Vor langer Zeit war das Königreich der Greifen von Darien getrennt. Aber zur Zeit des Alten Reiches Alania wurden Heon und Darien von Keros Leonar zu einem Königreich vereint. Doch Alanias Krone blieb ein Symbol der herrschenden Greifendynastie und wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Kürzlich landeten im Schutz der Dunkelheit Piraten auf der Insel. Und diese feigen Räuber erreichten den Gipfel, den heiligen Gipfel Alava und stahlen die Krone. Wollt ihr also, dass ich die Krone zurückbringe? So ist es, mein Freund. Und die Belohnung wird angemessen sein, denn das Symbol der herrschenden Dynastie unseres Schwarms wird vermisst. Ihr solltet euch zu den Inseln der Freiheit begeben. Direkt vor dem Diebstahl wurden in der Nähe der Insel Schiffe unter der Flagge des Gouverneurs der Inseln der Freiheit gesichtet. Ihr habt keine Angst davor, ihn zu besuchen, nicht wahr? Nö, ich versuch's. Ich versuch's, glaube ich. Aber ich war wohl noch nicht bei den Inseln der Freiheit. Sonst, äh... Hätte ich das gemerkt, aber die Quest sieht gefährlich aus. Anhand der Belohnungen, die man da kriegen kann. Hier ist kein Greif. Merken die das dann trotzdem? Ne, sind alle noch neutral. Neutral. Bitte helft mir. Worum geht es, Vögelchen? Vögelchen? Ich bin ein Greif. Gut, ihr könnt mich auch als Hühnchen bezeichnen, doch helft mir, ich bitte euch. Seht, da ist eine Riesenspinne in meinem Nest und hat dort ihre Eier gelegt. Bitte räumt mein Nest sauber. Ähm... Die sind gleich stark und sie haben Betrachter. Ihh. Aber es sind Spinnen. Ich bin ein bisschen angeschlagen hier, alles in allem. Ich hab genug Mana. Auf geht's. Zu Not nehme ich einfach Mana. Mana, Mana, Mana. Gegen die... Betrachter. Ja, dann sind die schon mal weg. Die einzige Fernkampfeinheit, die sie haben. Aber es sind verdammt viele Spinnen. Das sieht ein bisschen heikel aus. Mal sehen, wie viele Zauber ich abfeuern kann. Bevor es losgeht hier. Ich mach mal den Riesenhaufen hier weg. Oder dezimiere ihn. So, erreichen die mich? Nö, Spinnenzie... Äh, Schlangen zieht euch zurück. Wir werden sie kommen lassen. Sollen sie kommen. Heiliger Zorn. Na, sie warten ab. Sehr interessant. Gut, ich kann auch warten. Und nochmal eine Streitangst. Gingen die da hinten? Okay, Schlangen. Es ist eure Aufgabe, zuzuschlagen. Denn die können sich ja nicht wehren. Oh, meine Priester. Ja, gerade rechtzeitig. Aber ein Inquisitor hat das Zeitliche gesegnet. Und eingreifert. Schwungvoller Angriff. Au. Danke, Schlange. Da fang ich jetzt nicht mehr. Wieder Auferstehung. Ich kann mich derzeit nur auf die Schwertkämpfe anwenden. Naja. So, und das war's. Ein Inquisitor eingreif. Kann ich leicht ersetzen. Ah, ich will eure Eier nicht klauen. Gucken wir nicht den Weg. Sie ist weg. Vielen Dank, Mensch. Ich habe... Habe ich alles erledigt? Oder habt ihr noch mehr zu tun? Wisst ihr, ich tat mich schwer, euch zu fragen. Aber es ist schön, dass ihr es selbst zur Sprache gebracht habt. Mir ist ein Ei aus dem Nest verloren gegangen. Ich glaube, die Spinnen haben es gestohlen, um es zu fressen. Bitte geht in die Höhlen und findet es. Ihr erkennt mein Ei sofort. Es trägt unser Familien im Blond. Ich bin kein gewöhnlicher Greif, sondern ein wirklicher adeliger... Ein wirklich adeliger Kargem aus der königlichen Familie. Ich bin ein Greif von blauer Eierschale. Nicht von blauem Blut, sondern von blauer Eierschale. Okay. Warum geht ihr nicht in die Höhle und holt das Ei selbst? Greife leider... Greife leiden fürchterlich in geschlossenen und dunklen Orten. Dort können wir nur sehr schwer kämpfen. Daher bitte ich euch, dort hinzugehen. Okay, wo sind sie? Der Eingang zum Untergrund der Spinnen ist hier auf der Insel. Eine Ebene weiter oben. Gut, wartet. Aber ich glaube, die sind doch zu heftig für mich. Und so befindet man sich dann plötzlich in einer ganz anderen Quest. Okay, da ist die Höhle. Ich schaue mal nach. Ist hier ein Schatz? Verlangsamen. Sehr starke Truppe. Sehr starke Truppe. Hier ist zumindest ein Kristall. Den kann ich schon mal mitnehmen. Stark. Ich habe auch Schlange. Ich gehöre zu euch eigentlich, aber ich glaube, davon wollt ihr nichts wissen. Also Spinnen habe ich jetzt noch keine hier gesehen. Okay, ich muss den Auftrag ein bisschen verschieben, wie so viele andere auch. Na gut. So. Sehr glücklich. Oh, 10 Stück. Ah, Herr Schlangen und Inquisitoren muss ich wiederholen. Greifen, Krone, Rettung der Frösche. Steigt hinab, ja, aber dazu muss ich erstmal hier die Sache erledigen. Mit der Hexe. Wo ist die Hexe? Jetzt soll ich das erstmal machen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schwer, aber... Ich muss halt mal, dass es doch nicht so leicht ist. Wo soll die denn überhaupt sein? Schwach, sehr schwach. Na gut, kloppen wir uns wieder ein bisschen. Habe ich da gerade einen Drachen gesehen? Hm, das ist nix. Zack. Die Sichel des Todes schwingt. Oh, und sogar die Bogenschütze fertig gemacht. Gut. Okay, lass die Bären zurückschlagen. Sie werden sie nicht töten. Die greifen nicht. Die greifen nicht. Und noch ein Kampf. So. Ein paar mehr Fernkampfeinheiten. Ihr werdet niemanden wiederbeleben. Wartet. Magischer Schaden. Ich bin tot. Das ist tot. Ich hole mir gleich den Schatz. Das sollen die greifen auch überleben. Na, gerade so. Magische Kristalle. Ich werde mal... Heilung halt nur 90, aber das reicht gerade so aus. Dann mache ich das. So, Priester sind weg. Die Bären werden nun auch vermöbelt. Bleiben bloß noch die Pflanzen. Meine Schlangen sind nicht schnell genug. Keine Verluste. So. Und noch mehr Kristalle. Zwei Stück sogar. Dornenspross. Gold. Drei magische Kristalle. Und nochmal zwei magische Kristalle. Also ganz viele Kristalle hier. Und da ist der Drache. Zauber, Zauber, Zauber. Ich brauche Verzerrungsmagie. Oh, Konstitution. Na, fehlt noch was. Ah, der Drache. Ah, was will der jetzt von uns? Liebe Drache, erlaube mir, dich anzusprechen. Was? Wer ist da? Ich bin es. Ich kam hier auf Veranlassung von Drin, dem Besitzer der nach dir benannten Taverne. Drin? Wer ist Drin? Ich kenne ihn nicht. Drin, der Gast wird. Sein Ururgroßvater brachte die Rüstung als Ersatz für deine verlorenen Zähne. Als Ersatz? Wie geht das denn? Ja, ich erinnere mich. Na und? Ich sehe keine Rüstung, außer der, die du trägst. Oder will er mir auch Essen schicken? Er kam zu glauben, das Essen ist schon in die Rüstung eingepackt. Ich bin kein Essen. Er bittet dich um einen Fangzahn. Einen Fangzahn? So einfach ist das nicht. Das ist kein gewöhnlicher Zahn. Zähne fallen alle 50 Jahre aus, aber Fangzähne sind stärker und fallen selten aus. Aber dein Drin hat Glück. Einer meiner Fangzähne begann gerade zu schmerzen und lockerte sich sogar. Wenn du mir hilfst, ihn auszuziehen, kannst du ihn behalten. Du musst stark dagegen schlagen. Gut, ich schlage dagegen. Das ist einfach. Fertig. Schrei, wenn du bereit bist. Du schreist. Fertig! Bam! Hoho! Äh, geht's dir gut? Ich habe meinen Reißzahn anscheinend. Oh. Der sich im Laufe der Zeit gelb verfärbt hat. Okay, Drachenreißzahn ist Drachenreißzahn. Was willst du denn noch? Soll ich mir an deiner Rüstung die Zähne ausbeißen? Nein, nein. Ich wollte dich fragen, warum lebst du hier und nicht mit den anderen Drachen? Weißt du, es gibt verschiedene Arten von Drachen. Es gibt grüne, schwarze und rote. Und nun sieh mich an. Blaue Ohren, blauer Bauch. Man sagt, ich sei nicht wie sie. Ich sei ein Monster. Ihr Menschen mögt auch keine, die anders sind als ihr, oder? Ja, das kommt auf den Charakter an, würde ich sagen. Deshalb musste ich meine Sippe verlassen. Äh, gibt es denn noch andere blaue Drachen wie dich? Ich weiß es nicht. Ich bin noch keinem begegnet. Naja, ich muss gehen. Viel Glück, blauer Drache. Wenn ich mal irgendwo blaue Drachen finde, dann könnte ich dir ja Bescheid sagen. Und vielleicht bist du dann ein bisschen fröhlicher. Da ist das Geisterschiff. Geben wir Drin mal sein olles, sein Drachenreißzahn. Wir wollten ihn ja haben. Wart ihr beim Drachen? Ja, hier ist der Reißzahn. Wunderbar, das ist einfach wunderbar. Ich werde, jetzt werde ich mein Wirtshaus in Drachenreißzahn umbenennen und die Geschäfte werden viel besser gehen. Vielen Dank. Geld und Erfahrung. Danke, das hat Spaß gemacht. Er verkauft jetzt auch, äh, drei Ritter. Und heißt das jetzt auch wirklich so? Ja. Zum Drachenreißzahn. Das wurde wirklich umbenannt. Schick. So, ich gehe zurück in den Sumpf. Denn irgendwie finde ich hier keine... Hexe bis jetzt. Wo soll die denn sein? Aber ich frage ihn nochmal. Uno Momento. Ähm... Ja... Gut, die beiden kriege ich im Sumpf. Die beiden kriege ich im Sumpf. Was ist in der Zauberschule? Äh... Nur das Übliche. Stark. Ich brauche noch eine so eine Sumpfblume. Für den Verjüngungstrank. Das wird ja wohl dann bei dieser gefährlichen Spinne sein. Du hast normale Schlangen. Oh, nein. Ich will das nicht benutzen. Ich habe volle Power. Oh, hier ist sie. Gut, dann habe ich alles. Die Säule Spinne nervt mich. Sie blockiert meinen Weg zu meinem Schlangenglück. Ja, ich habe die fünf Pflanzen. Äh... Nun, wie geht es voran? Habt ihr es geschafft, meine Froschschwestern von dem bösen Feind, dem Grafen Argus, zu befreien? Noch nicht Grünchen. Wartet noch. Grünchen. Oh Gott, wir haben schon einen Spitznamen für sie. Grünchen. Ähm... Warte mal, das muss ich mir aufschreiben. Das ist... Das ist ja niedlich. Äh, so. Okay. Äh, ich habe die roten Blumen gefunden. Gib sie mir. Die Hexe schnappt sich die Lilien und riecht an ihnen. Schön frisch. Genau, was ich brauche. Gut gemacht, junger Burscher. Ich würde dich glatt als Gehilfen nehmen, aber eine Hexe braucht ein Mädchen oder eine schwarze Katze. Vielleicht sollte ich euch in eine Katze verwandeln. Hm. Wäre immer noch eine männliche Katze, wenn Kater... Kleiner Scherz. Warte da einen kleinen Augenblick. Ich werfe die Lilien in den Kessel und in wenigen Minuten ist der Zaubertrank fertig. Die Hexe kam wirklich schnell wieder. Sie hatten sogar den Eindruck, dass sie den... Dass sie den lange schon fertigen Zaubertrank schnell irgendwo hervorgeholt hat. Toll. Hier ist er, mein Guter. Der echte Verjüngungstrank. Ich habe das Rezept von meiner Urgroßmutter. Ich hoffe, er ist nicht zu stark. Ich erinnere mich noch, wie ich für meine Urgroßmutter den Nachttopf leeren und sie windeln musste. Sie wollte jung sein, aber hat bei den Mengen etwas verschusselt. Äh, danke, Großmütterchen. Hm. Ja. Verschusselt? Ist das ein Wort? Jetzt, ja. So. Machen wir sie jung. Marta die Gonda. Bitte kommt eine Minute herein. Ich möchte ausprobieren, wie der Trank wirkt. Wie ihr sagt. Jetzt. Oh. Oh la la. Perfekt. Alles hat genau wie geplant funktioniert. Also, wie findet ihr mich in meiner neuen Gestalt? Geradezu bezaubernd. Carla, deine wunderschöne Braut. Wollt ihr, dass ich ihn, dass ich euch bis zu ihm begleite? Nein, das wird nicht nötig sein. Ich kenne eine Abkürzung. Hahaha. Übrigens, ich habe hier ein kleines Geschenk für euch. Gegenstand erhalten. Dankeschön. Viel Glück für dich und Carl. Hexenhaus. Leider ist die Herrin nicht da. Doch wenn ihr wollt, kann ich für euch meine Vorratskammer öffnen. Wer bist du überhaupt, das Hexenhaus? Ihr, ich, ihr müsst für alles bezahlen, was ihr mitnehmt. Na sowas. Ein verzaubertes, sprechendes Haus. Das ist interessant. Na gut, lasst sehen, was ihr habt. Ah, dasselbe, was ich vorher auch hatte. Wenigstens ist es da nicht weg oder so. Oh, 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 oh. Wo ich gerade hier bin. Ich muss meinen Schlangenfreunden helfen. Das ist ein Labor. Ich kümmere mich um die Spinnen. Her mit den Schlangen. Her mit ihnen. So. Und nun ist Schicht im Schacht. Die kommen weg. Die Spinnen können schön alle hierher kommen. Ich harre der Dinge, die hier kommen. Bei Inquisitor muss ich auch noch abholen. Giftspinnen. Immun gegen Gift. Sie werden mich noch nicht erreichen. Die können nicht erreichen, wenn ich hier dumm agiere. Alle schön auf einem Haufen. So. Dann, äh. Längen wir mal los. Hm. Vielleicht auch nicht so schlau. Na gut, machen wir das hier. Okay, greift an. Hey, sogar kritischer Schaden. Perfekt. Schwungvoller Angriff. Oh nein. Der Bär ist eingesperrt. In ein Netz. Keine Verluste. Perfekt. Ah, das wird das Labor des Zwergenwissenschaftlers sein. Sir Foritop. Hey, seht euch vor. Alles ist voller Chemikalien. Ihr wisst nicht, womit ihr es zu tun habt. Ha, wer seid ihr? Könnt ihr es denn nicht sehen? Ihr habt doch Augen im Kopf. Seid ihr etwa blind? Ich bin ein Zwerg. Um genau zu sein, bin ich ein Alchemist der ersten Kategorie. Nennt mich also ruhig Werter Sir Foritop. Danke für euer Vertrauen, Werter Sir Foritrop. Hey, seht euch vor. Achso. Als ein Alchemist, der etwas auf sich hält, müsst ihr doch irgendetwas haben, das ihr verkaufen könnt. Zeigt, was ihr anzubieten habt. Er bietet Zombies an. Toll. Und Alchemisten. Stufe 4. Alchemisten sind die gut. Ich glaube, naja. Sie können Gifttränke werfen, mit Feuer, Wasser Schaden machen und heiliges Wasser gegen Untote. Also sie sind halt Alchemisten. Haben natürlich Giftresistenz, weil sie ständig mit Giften hantieren. Und können ätzendes Spray machen, das irgendwie mehrere Zellen trifft. Und, äh, ja. Versuch, verursacht denselbe Menge Schaden. 10 bis 25. 120 Lebenspunkte. Gute Verteidigungswerte. Allerdings auch sehr langsam. Aber sie schleudern anscheinend ziemlich viele Tränke. Gift, Feuer und gegen Untote. Der lange schmale Dolch mit vergifteter Klinge. Plus 1 Giftschaden. Okay. Klingt gar nicht mal so spektakulär. Was bedeutet plus 1 Giftschaden? Ist das dann was für meine Schlangen? Vielleicht. Ein Alchemist, ein Zwerg, was treibt ihr in diesen Sümpfen, in diesem gelobten Land der alchemistischen Wissenschaften? Diese Sümpfe sind die reinste Fundgrube, seltener Zutaten und Elemente der Alchemie. Wie dem auch sei, viele der Zutaten sind nur noch in der Rohform zu finden und müssen durch umständliche Destillierungs- und Hydrolyseverfahren raffiniert werden, um von Nutzen zu sein. Warum rede ich überhaupt mit euch? Ihr wollt mir doch sowieso nur meine Geheimnisse entlocken. Verschwindet! Nein, nein, ich bin nur auf der Durchreise. Auch wenn es hier nicht weitergeht. Okay, er verkauft eine Giftwaffe, ein paar Zombies und Alchemisten. Also wenn ich den jetzt verärgern sollte, indem ich hier jetzt hier das, seine Alchemistenflasche verseuche mit dem stinkenden Elixier, dann ist das kein großer Verlust für mich. Oh, es gibt ein bisschen Erfahrungspunkte. Und wow, es ist zerplatzt. Was haben diese ganzen Splitter um mein Haus herum zu bedeuten? Und was stinkt hier so erbärmlich? Nun, die alte Chaka hat mir ein Stink-Elixier gegeben und mich gebeten ist, in euren Kessel zu kippen. Das Resultat könnt ihr ja selber sehen. Der Kessel ist zerstört, der ganze Ort mit klebriger Flüssigkeit bespritzt und dazu noch der stechende Geruch vom Elixier dieser alten. Perfekt! Habt ihr die Explosion gehört? Ihr wisst ja gar nicht, wie lange ich schon nach den Zutaten für Explosive Mischungen gesucht habe. Also bei Zwergen. Sie machen Gifte, Feuer und was gegen Untote, aber was sie anscheinend noch nicht gelernt haben, ist eine simple Explosion. Ich werde dieses Rezept stinkende Bombe nennen. Was meint ihr? Achso, Stinkbombe. Ihr seid also nicht verärgert? Natürlich nicht! Warum sollte ich denn verärgert sein? Ihr seid nun ein Teilnehmer am Experiment. Ich bin euch und der alten Hexe sogar dankbar. Auf eine solche Zutat wäre ich niemals gekommen. Wo wir gerade von Zutaten sprechen, ich hätte da eine wichtige Aufgabe für euch, die ihr auf dem Weg zum Friedhof erledigen könntet. Ihr Zwerge seid schon komische Kreaturen. Ich spreng euren Kessel und ihr seid mir sogar dankbar dafür. Du bist kein Miraculix. Oder Obelix. Oder Asterix. Also gut, erzählt mir von der Aufgabe. Ich habe einen Helfer, einen Zombie. Ich nenne ihn Norik. Hey, den haben wir schon kennengelernt. Er sucht auf dem Friedhof nach nützlichen Gegenständen für mich. Wir hatten abgemacht, dass er in drei Tagen zurückkommt, aber ein paar Zutaten für meine Experimente brauche ich jetzt sofort. Ich habe also eine Bitte an euch. Würdet ihr zu Norik gehen und mir bringen, was er gefunden hat? Ich werde euch entlohnen. Okay, wo soll ich mit der Suche beginnen? Ach, das weiß ich doch schon. Alles klar. Okay, das ist auch eine Quest, die wir schon machen können, weil wir die ganzen Untoten auf dem Weg dahin schon beseitigt haben. Ich besuche nochmal die Fontäne für Mana. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich nämlich beim ersten Durchlauf schon viele Kämpfe einfach gemacht habe. Und dadurch wurden viele Quests, die ich noch nicht gemacht hatte, dann ziemlich einfach, weil ich schon vieles weggeknüppelt hatte. Und gegen Ende beschleunigt sich das auch ein bisschen mit den Quests, die wir dann erfüllen können. Ähm, ich kam wegen des Zwergs. Und, seid ihr an den Zwerg herangekommen? Ja, das war vielleicht was. Sein Kessel mit den Chemikalien ist in tausend Stücke zerborsten. Alles in Ordnung, ich bin heil davon gekommen. Und was mit dem Zwerg? Wird er sich aus dem Sumpf verziehen? Nun, ich fürchte, er bleibt. Es hat ihm nichts ausgemacht. Im Gegenteil, er war sogar froh. Er hat gerade mit Sprengstoffen experimentiert und konnte keinen geeigneten finden. Euer Zaubertrank war besser als alles, was er zuvor ausprobiert hatte. Er lässt euch grüßen und dankt euch aufrichtig. Er versprach euch, euch ein Geschenk zu schicken, als Zeichen seiner Dankbarkeit. Äh, dieser Furry-Taub ist eigenartig. Man spielt ihm einen faulen Trick und er bedankt sich. Er kennt sich schon mit Zwergen aus. Tja, vielen Dank für eure Hilfe, guter Mann. Kommt wieder, ich werde immer froh sein, euch zu sehen. Schriftrolle vertreiben, 60 Erfahrung und gut. Was haben wir denn hier? Vertreiben. Vertreiben? Na, hab ich schon. Könnte ich aufrüsten. Ich weiß gar nicht, was ich aufrüsten soll. Ich könnte magische Fessel nennen, aber... Na gut, mach ich mal. Dann haben wir den auch drin. Energiestoß. Und sie verkauft nichts Neues. Lauf, 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 lauf. Immer schön die Treppe rauf. Ich wollte sowieso nennen, auf dem Friedhof, weil es dort wunderschöne Inquisitoren gibt. Wütener Paladin verkauft hier nur Priester. Ja, und die guten alten Inquisitoren werden ein bisschen knapp. Zum Glück können wir die Fertigkeit erlernen, selber Priester zu Inquisitoren zu befördern. Aber Geistruhen... Die Mangelware. Ähm... Mh, 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 Mh. Äh, hier ist ein Sänger. Hey, Norik. Was wollt ihr von mir? Sir Foritrop schickt mich. Nun, wenn es für Sir Foritrop ist, gebe ich es euch selbstverständlich. Ich bin sein treuer Diener bis in den Tod, oder was auch immer mir bevorsteht. Ihr nehmt die Tasche. Alles, was ich sammeln konnte, steht auf der Liste. Verliert sie nicht. Sir Foritrop legt grossen Wert darauf, dass alles seine Ordnung hat. Ich geht wieder stinkt. Was habt ihr in die Tasche gestopft? Seht, nicht einmal mein Pferd mag eure Tasche. Ich sollte sie dem Zwerg so schnell wie möglich bringen. Nehmt nur, nehmt nur, seid nicht so penibel. Ich habe meine ganze Zeit hier damit verbracht und hatte keine Probleme. Allerdings habe ich auch keine Nase, mit der ich riechen könnte. Ha, ha, ha. Doch, die hast du. Ich sehe sie. Sagt, habt ihr auch etwas für mich? Vielleicht habt ihr etwas Interessantes gefunden? Hm, ich habe eine Sache. Wollt ihr sie euch ansehen? Ja, natürlich. Nein, ich werde euch das nicht schenken. Was möchtet ihr denn? Im Gegenzug. Wisst ihr, ich und meine Freunde haben schon lange kein lebendiges Fleisch mehr gegessen. Ich möchte so gern ein bisschen frisches Menschenfleisch. Wenn ihr uns frisches Fleisch bringt, bekommt ihr den kostbaren Gegenstand. Wovon sprecht ihr, widerliche Kreatur? Ich werde es zeigen, wie man Menschen frisst. Greift den Zombie an. Okay, ich brauche eure Gegenstände nicht. Kann ich das nochmal sagen? Wir sind sehr hungrig und ohne frisches Fleisch zerfallen wir. Okay, dann könnten wir gegen Norik kämpfen. Hat ihr immer einen Gegenstand? Ich habe doch auch irgendwie einen Gegenstand bekommen, oder? Plus drei Wut. Buch der Bestienwut. Aber Wut kann ich derzeit sowieso noch nicht einsetzen, also... Nö. Nö. So, ich mache mal gegen Norik kämpfen. Ich kämpfe mal gegen Norik. Anscheinend, weil ich Paladin bin, kann ich gar nichts anderes auswählen. Vielleicht als Krieger oder Magier hätte ich die Möglichkeit. Bedroht mich nicht. Ihr seid weder der Erste noch der Letzte. Ich bin bereits tot. Ich bedrohe niemanden. Ich werde nur das zu Ende bringen, was ein paar nette Leute nicht ganz abgeschlossen haben. Er ist kein Held. Er besteht nur aus... Ziemlich vielen Zombies. Und ich kann nur ganz wenig davon töten. Das sieht nicht gut aus. Das sind mir zu viele Zombies. Okay. Wenn ich nur gegen einen kämpfen müsste, dann hätte ich gesagt, ja, klar. Aber das sind sehr viele. Und natürlich sind sie nicht schnell oder sowas, aber... Selbst meine Magie, meine stärkste Magie macht nur wenig Schaden gegen sie. Das ist für mich immer so ein Indikator, dass der Kampf wohl nicht zu meinen Günsten verlaufen wird. Das sind meine Anzahl meiner Truppen. Das meiste, was ich mitnehmen kann, sind Schwertkämpfer. Ich könnte natürlich wieder Priester nehmen. Ähm... Wo laufe ich gerade hin? Weswegen? Achso, zum Mönch... Äh... Zwerg. Das Spiel hat so viele Charaktere. Seid vorsichtig und tretet nicht in die Splitter. Die sind von meinem letzten erfolgreichen Experiment leider zurückgeblieben. Nun habt ihr die Tasche mitgebracht. Ja, hier ist die Tasche. Ich weiß nicht, was drin ist und möchte es ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Sie stinkt geradezu bestialisch. Sehr gut. Der Gestank bedeutet, dass Norik genau das gefunden hat, was ich benötige. Für meine Stinkbomben. Ich habe ihn gebeten, Grabherde und alle möglichen andere Dinge, von denen ihr besser nichts wisst, für mich zusammenzusuchen. Und hier ist eure Belohnung. Freut mich, dass ich behilflich sein konnte. Ja, man verkauft auch Zombies. Dieser Leichenflatterer. Ich bin ein bisschen angewidert von ihm. Muss ich offen sagen. Diesen Norik, den will ich auch nochmal fertig machen. Als Paladin kann ich das nicht durchgehen lassen. Was ist mit dem Froschman? Können wir den schon fertig machen? Äh, Verkaufsschlange. Plus eins Intellekt. Ich habe immer noch das olle Übungsschwert. Ihr schon wieder, was wollt ihr von mehr? Euer Bruder quetscht möchte, dass ihr ihm gehorcht und seine Flagge an eurer Burg heisst. Was habt ihr gesagt? Was will er? Das wird niemals passieren. Und ihr, ihr eure Leiche wird im Sumpf verrotten. Dafür werde ich sorgen. Quack. Wir werden ja sehen, wer ihr verrottet. Wenn ihr das nicht auf freundliche Weise ausmachen wollt, dann halt auf unfreundliche Weise. Greift den Froschmann an. Joa, 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 joa. Okay, ein Haufen Schlangen. Schreckend viele Schlangen. Ich kann auch töten. Sicher der Fernkampfeinheiten. Erstmal seine Fernkampfmonster weg. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich lass ihn zu mir kommen. So, die sind schon mal weg. Spinnen voran auf der Lebensbahn. Ah. Okay. Ein Schwerkampfer ist nur gestorben. Das geht noch. Das geht noch. Das größte Problem, wenn die Schlangen sind. Kümmer ich mich mal um die. Ach, genau. Spinnen. Könnte schlechter laufen. Gut, dass die Greifen immer zurückkämpfen. Zurückschlagen. So. Die Schlangen wollen sich messen. Ja. Versuch ich's mal. Das könnte aber übel enden. Du. Zumindest für meine Schwertkämpfer. Zwei Inquisitoren tot. Also noch 42 Sumpfschlagen. Hm. Alles vergiftet hier. Oh. Kritischer Schaden. Gut. Eine Schlangentruppe scheint fast besiegt zu sein. Die großen Sumpfschlangen sind auch weit hin. Nöp. Gut, dann beschleunige ich einfach mal. Snacks. Na, bringt doch nicht gar nichts. Wenn ich das betrachte. Na gut. Schlängelt euch hier rum. Nichts. Die großen Sumpfschlangen sind auch ganz riesig. So, die sind weg. Du hast noch Schlangen. Hm, nö. So. Auf, weg. Das ist nicht eure Aufgabe, das ist die Aufgabe meiner eigenen Schlangen. Die machen sogar kritischen Schaden. Ja, und die Greifen erledigen den Rest. Sehr gut. So, Greifverlor, Inquisitor, Polarbeer, Schwertkämpfer, 16 Stück oben. Nun, was sagt ihr nun? Das war's. Ich ergebe mich vor dem Gewinner. Ihr könnt eure Flagge hissen, niemand wird sie berühren. Warum habt ihr Widerstand geleistet? Ihr habt eure Diener vergeblich in den Untergang geschickt. Nun, in dem Fall solltet ihr mit meinem jüngeren Bruder sprechen. Bogis lebt irgendwo zwischen den Sümpfen und dem Friedhof. Hisst meine Fahne auf seinem Haus. Ich bin älter als er und er muss mir gehorchen. Okay. Okay, ich werde es versuchen. Wie machtgierig ihr seid? Sind alle Froschlinge so machtbesessen? Machtgierig? Wieso machtgierig? Mir gefällt es einfach, wenn mir jemand gehorcht. Jeder. Ich möchte, dass jeder vor mir kriecht. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich werde versuchen, euch zu helfen. Na, ich werde es versuchen. Ah, Polar Bear. Jetzt müssen wir Bogis noch unterjochen. Diese Verluste. Vor allen Dingen anhand der Schwertkämpfer. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Bogis, der hier in dem kleinen Sumpfhaus haust, schwächer ist. Aber eigentlich müsste er das sein, weil er nur in so einer popeligen Hütte haust. Meine Inquisitoren gehen mir aus. Schwertkämpfer. Ich schaue mir mal an, wie stark der ist. Seid gegrüßt, freundlicher Reisender. Ich bin Frogos Bogis. Und wer seid ihr? Äh, euer Bruder hat mich geschickt. Er will, dass ihr sein Untertan werdet. Oh, schon wieder ihre Konflikte darüber, wer höher steht. Ich habe so genug von ihnen. Ich bin von ihnen weggezogen, habe mich in dieser verlassenen Ecke angesiedelt. Und selbst hier wollen sie mich noch erwischen. Ja, eure Brüder sind einander wert. Dennoch, darf ich Bagabas Flagge auf eurem Haus hissen? Gut, hisst sie. Vielleicht lassen sie mich dann in Ruhe. Hey, ausgezeichnet. Danke. Wisst ihr, ich möchte Bagaba nicht gehorchen. Könnt ihr mir helfen? Ach so, jetzt auf einmal nicht mehr. Was schlagt ihr vor, soll ich tun? Ich glaube, mein älterer Bruder wird mir helfen. Geht zu Squelch und sagt ihm, dass Bagaba mich unter Druck setzt. Gut, sagen wir, ich gehe zu Squelch, aber was kann ich ihm als Gegenleistung anbieten? Ich habe nichts. Oh, ich weiß. Ich erlaube Squelch, seine Flagge auf meinem Haus zu hissen. Das wird meinen älteren Bruder freuen. Uuuh. Uuuh. Ihr seid wirklich tolle Leute. Holt euch die Belohnung. Ich hole mir die Belohnung. Immerhin war das kampflos. Ich hisste eure Flagge bei Bogey. Nun gehe ich jedoch zu Quetsch und ich glaube nicht, dass er sich über die Neuigkeiten freuen wird. Uuuh. Erfahrung und Gott. Und nochmal zurücklaufen. Viel Latscherei ist das dann. Ah, ich bin so froh, dass ich eigentlich Schlangen habe. So, Meister Bogeyon. Oder Quetsch. Wie steht's also mit meinem Bruder? Wird die Fahne bereits über seinem Schloss? Ja. Wie haltsdaurig, doch euer Bruder Bagaba ist. Aber es ist in Ordnung. Ich habe ihn überzeugt. Danke. Es ist schön, dass er jetzt einem höheren Rang... Dass er jetzt meinem höheren Rang und meine Macht anerkannt hat. Ich bin sehr froh über euren Sieg. Quack. Quack. Ja, es scheint, als hätte ich eure gesamte Familie glücklich gemacht. Oder auch nicht. Was hat euch veranlasst, euch erneut so weit zu schleppen? Nun, Bogis hat um eure Hilfe gebeten, um ihn vor Bagaba zu schützen. Meine Hilfe? Was ist passiert? Bagaba gefiel eure Idee mit den Fahnen. Also beschloss er, Bogis zu seinen Vasallen zu machen und hisste seine Fahnen auf dessen Haus. Bogis bittet um euren Schutz. Was? Quack. Dieser Sumpf gehört mir und ich bin hier der rechtmäßige Herr. Alles hier gehört mir. Geht sofort zu Bogis und hisst meine Fahnen auf seinem Haus. Und sagt Bagaba, wenn ihr ihn seht, dass dieser Sumpf mein ist und es hier nur einen hohen Fraschmenschen geben kann. Und das bin ich. In Ordnung, gebt mir die Fahnen. Ich werde sie auf Bogis Haus hissen. Nein, ich bin eurer überdrüssig. Dieser Sumpf, ebenso wie der Friedhof und alles andere von Darien gehören seiner Majestät, König Mark Leona. Ich werde unsere Fahnen jetzt auf eure Hütte hissen. Hissen, hissen, das Schloss angreifen. Wie stark ist der? Okay. Er hat böse Betrachter. Ein Haufen Beere. Er hat Bogenschützen. Warum hat er Bogenschützen? Ja, gute Frage jetzt. Ich meine, kriege ich da noch meine Schlangen? Ich nehme jetzt mal die Belohnung. Ich will eigentlich nicht gegen ihn kämpfen. Nee, diese Entscheidung. Was ist jetzt richtig? Was ist falsch? Für Honora, ich komme eines Tages zu dir. Wenn ich weiß, was ich machen muss. Wo ist die Hexe? Ich glaube, fast die ist in dieser Schlangenhöhle, die noch zu stark für mich ist. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ich hisse jetzt seine Flagge auf eurem Haus. Das ist in Ordnung. Es ist ein guter Ausweg aus der Situation. Das wird Bagaba lehren, mich unter Druck zu setzen. Toll. Er zeigt mir seinen Laden, aber verkauft bloß Müll. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass wenn ich gegen den kämpfe, eine bessere Belohnung kriege, als wenn ich jetzt hier diesen Quatsch mitmache. Aber der ist mir jetzt momentan noch zu stark und im Moment habe ich auch genug davon. Von diesem Abenteuer im Sumpf. Des halben will ich mich einfach wieder verkriechen. Ich bin sowieso ein bisschen angeschlagen. Er ist aus dem Sumpf. Den großen, bösen Bogeyman. Bogeyman kümmere ich mich dann an ein andermal. Unser Froschdame muss ich sowieso nochmal wieder dahin. Ein paar Schwertkämpfer waren hier noch. Und hier sind auch noch mehr. Helga. Helga. Helga, wo ist Helga? Die ist sicher ganz in der Nähe und ich sehe sie einfach noch nicht. Schwache Zyklop. Sonst habe ich hier alles, bis auf Polarien. Pest. Ein abgestürztes Luftschiff. Okay, klauen wir uns mit dem Zyklop. Es sind zwei Stück. Das heißt, ich sollte mal schnell in den Nahkampf. Weil das sind Fernkämpfer. Vorwärts, Schlangen. Vorwärts, greifen. Fürchtet keine Dunkelheit. Au. Okay. Schwertkämpfer sind gestorben. Kommen leider nicht ganz ran. Oh, greifen. Wiederbelebung. Schneller. Au. Königsschlange. Eine Königsschlange ist tot. Ähm. Wiederauferstehung. Wie viele Kristalle? Ach, wieso habe ich da... Äh, genau dafür wollte ich meine Kristalle aufsparen. Für diese Sache. Das ist ja viel besser. Das ist ja viel besser. Ich bin aber Information. Ich bin da. Was macht er jetzt? Au. So, Schlangen erledigen den Rest. Ah, Schlange verloren. Greifen und Schwertkämpfer sind nicht so wild. Ja, eine Truhe. 1000 Gold. Tja. Und nur ein abgestürztes Schiff. Tja. Hm. Na ja. So, eine Schlange weniger. Sonst hab ich alles voll. Und ja, wir machen an dieser Stelle mal eine Pause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kings Bounty. Bis dann.